Schwester! Ey, ich kann grad gar nichts mehr, das ist... Na, Schwester Joy, hast du verschissen? Ey, was? Schwester Joy, heile mich von meiner Leidenschaft, die weh ich zu schafft. Oh, okay, wenn Liebe strafft, dann stell ich dir erst mal. Dann spämm ich jetzt ein, ich setz die Stoffe ab. Ich bin verknallt, dann immer die Superschwester... Verhält's ich wieder, wenn sie am Meer steht, heilt sie das Werk? Und doch, warum denk' ich dann nur, den ich dann nur,man doch ist er Rocky. Rocky Joy, Rocky Joy, Rocky Joy, Rocky Joy Joy. Joinn,UR Celbo, Donna! Doch das wird nicht sein, denn es gibt einen! Nein, zwei! Super zur Sendung. Pokémon Jukebox FPW Ich wollte gerade sagen, jetzt sei lieb zu mir. Komm, sing das Buhu-Lied. Buhuhuhu, die ist nur mal 1. Was zur Hölle? Buhuhuhu, das klingt, dass mir jemand heult. Buhuhuhu, die ist nur mal 1.0. Ich brauche dich. Du wirst mein bester Freund und grüße spielte Stile. Wir müssen wir so viel zu fehlen. Andere Meister haben und keine Chance von uns. Du hast dein Leben lang trainiert. Wartest schon so lang, bis es endlich so weit ist. Und jetzt ein kritischer Treffer. Na los. Du gibst alles, was du hast. Nur ich und du. Wir stellen zusammen die Welt auf den Kopf. In dieser Pilzwelt. In dieser Pilzwelt. In dieser Pilzwelt. Ja, ne. Es war uns doch immer nur in der Lande immer noch. So, jetzt habe ich keine Heilung mehr. Super. Du klatschst die Gegner einfach weg. Taust einfach drauf. Und lasst keine Gnade. Oh Gott, you are a pirate. Und wie ist gleich tot. Ich warte aufs Game Hoover. Viele Stachel. Du musst denn um dein Leben laufen. Das könnte sein, dass du die unsichtbar machen musst. Ja, wollte ich ja gerade, du Schlaukeks. Natürlich wolltest du was. Ich hoffe, du hast was gutes drin. Deine Mutter. Noch ein Schlüssel, ja toll. Deine Mutter. Deine Mutter, ne. Gehst du, ne? Du hast es mit deiner Mutter, ne? Ja. Du hast es mit deiner Mutter, ne? Deine Mutter. Deine Mutter, also meine Mutter. Das ist ja das Ding. Ah, so. Gott, weg hier. Nur ich und du, wir stellen du damit die Welt auf den Kopf. Mir wäre ganz so ein Heilblock mal so, ne? Hallo? Ja, natürlich. Das sind wahrscheinlich wieder 10.000 Stück. Oh man. Ist das nervig. Hm. Warte mal. Komm, lass, lass stecken. Ich hab auch nichts mehr an... Notfall muss ich die Schneepuppe gleich einsetzen, aber an den Typen muss ich vorbei. Ach, hol einfach drauf. Wofür erst wir tun. Ja, natürlich sind es vier Stück. Wofür! Wo ist es in dem Typen? Aha. Items. Schneepuppe. Eins meiner Lieblings-Items, by the way. Weihnachten ist ja schon vorbei. Was soll denn das mit Weihnachten zu tun? Doch. Sehr viel über das. Christmas? Angel. Oh mein Gott. It's Christmas. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. It's Christmas. It's Christmas. Oh mein Gott. It's Christmas. Holy shit. It's Christmas. Ah haha. It's Christmas. It's Christmas. It's Christmas. Ich bin leicht tot und ich so- Warte mal... Ich bin leicht tot! Jetzt ein Stein sein, wer wär echt positiv. Oha, Snickersnicker. Oha, Snickersnicker. Dieser Opa wählt seine Rettung. Die machen das denn jetzt echt einfach? Das ist uns kapit, ist dieser Opa deine Rettung. Ich hätte eigentlich die ganze Zeit jetzt schon Bombenbette nehmen können können mit rein. Aber das ist ja auch wie eine BP-Verschwindung. Und bitte lass doch bald ein Highblock sein. Ja, immer drauf. Los. Da sind wir dabei. Es ist jetzt nur so ein Itemladen. Hau einfach drauf. Du musst einfach jetzt springen. Und hier äh... So, und jetzt musst du alles richtig machen. Ne? Ich hab' ja gesagt genug. Hau drauf, hau drauf. Paff, paf, paf, paf! Paff, Paff! Paff, Paff! Gott! Mario ist halb tot, aber... Ey, ich hab's geschafft! Ja, super. Du willst zurecht drücken, oder? Ja, ein Herz! Oh mein Gott, der Gott ist gnädig. Oh, warte mal, die Uhr steht hier doch nicht ohne Grund. Doch, was hast du jetzt... Habe ich's nicht gesagt, aber, ne? Ich hoffe, da ist gleich mal was zum Heilen, sonst gibt's hier... Mal holen, ne? Komm schon, das ist jetzt was Gutes. Ein Ahorn, so. Das ist ja toll. Ein Ahorn, so. Wie viel hab' ich denn eigentlich noch? Warte mal. Bp, natürlich Bp hab' ich ja viel als voll. Das ist nicht irgendwie Heilung oder so? Ich bin kein Heil-Zauberer. Was soll das denn machen werden? MEDIC! 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 Oh, das ist doch bestimmt immer... Oh nein! Oh nein! Scheiße! Hm, was ist das? Hey, Moment! Ach so, schön noch. Ich mach' das einfach so. Irgendwas ist hier faul? So, jetzt mach' ich das so, weil das andere tut mir voll der Halsweg. Ah, fack! Mach' dich unsichtbar! Hhhhhhhh, schlau Kopf! Was, Alter, jetzt kommt er denn nur. Hallo? Eh? Ne? Was, meine Name? Geh' vorbei! Nein, tut er nicht. Ich glaub' immer wenn er, äh... Der ist so dumm! Da war noch was! Jetzt geh doch weg! Nein, halt nicht. Wie dumm. Ey, was ist mit dir los? Ich will mich hindern. Obvious! So, jetzt gehst du ganz weit nach links. Husch! Von wegen. Husch! Los, dumme KI! Los! Endo! Immerhin! Oh nein. Ich bin nicht so schlecht. Fuck! Bestimmt einer ist wach und der... Mehr ging nicht, ne? Die machen das nur noch nicht zu ehrlich. Natürlich! Und selbst wenn, du konntest nicht um sie kommen. Das haben die doch mit Absicht gemacht, Alter. Und jetzt bist du so dran vorbei. Alle werden wach. Schon mal... Also hier weiß man schon mal nicht, hier kann man gut trainieren. Und jetzt steht der fette Sack von mir los. Und jetzt steht der fette Sack von mir los. Oh! Alter! Nee, jetzt ist gut. Jetzt ist gut! Oh! Scheiße! Gottverdammte Kacke! Oh! Oh! Ich bin gespannt! Und jetzt sind die Spannepartes, heben uns für die nächste Session auf. Weil jetzt... Nee! Ich habe jetzt ehrlich gesagt... Es ist spät! Es ist spät! Wir müssen noch Haare waschen! Morgen geht Praktikum los! Und das ist echt zu viel! Das ist... Naja gut! Dann würde ich mal sagen, wir verabschieden uns! hoffen, es hat euch gefallen und wünschen euch noch einen schönen Tag, Leute! Tschau, Tschau! Tschuuu!